so hallo und herzlich willkommen hier bin ich wieder eine runde mannekraft mit euch hoffentlich wartet immer noch im ofen damit er seinen schmelzprozess hier beendet mir dann derweilen die direkte umgebung an ein bisschen hübscher hier aber vielleicht wieder neuer dreck an der decke sehr widerlich so dass wir in die kiste die überplündern könnten aber dass wir hier licht nein das war falsch das wollte ich gar nicht sehr genug hier wieder gold 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 muss ich doch das gold schmelzen ich wollte es nicht mehr ist natürlich doch mal voll ach verdammt hier verdammt ach so hier kies mal rausschmeißen hier zack so so mehr wegwerfen und ich will schon die kiste in der tasche wenn wir hier mal ein bisschen krempel abstellen haben wir schon eine kiste haben wir noch keine die kiste sagen stellen muss hier in die kiste sehen ja hier so hoffen dass das vielleicht immer wieder finden und dann schmeißen wir kann man vielleicht zum beispiel rein weil ich wollte nicht was können wir noch nicht so dringend gebraucht jetzt brauche ich schon 64 was da hier die zäule fangen wir rein und jetzt haben wir auch genug steine können wir uns mit holz hoch runter bauen so das gold einschmelzen also dies will ich auch mitnehmen hier und ich sowieso drohlich die musik so wie sieht es hier aus da haben wir doch mal ein bisschen kohle rein hier noch damit das gold weg schmelzen wir sind da aus da bremmt der stein gerade sind frei und wir wollen die kiste tun jetzt hätten schon bald haben wir schon eine kunde da unten ja aber schon geplündert hier alles klar das hier wieder wird hat blöde kies eingesammelt hier haben wir hier eine schwupp rein damit da müssen wir nicht mitnehmen haben wir brot haben das ist ganz gut ein noch nicht fertig genau zack ja auch so stehen lassen kohle mit da brauchen wir so viel so da haben wir schon fertig erkundet da auch ja da geht es irgendwie hoch ach so voll ja okay so ein bisschen verwirrt ich habe nur einen Tag Pause gemacht was sollen das das wollen wir uns jetzt nicht da geht es runter das wollte ich ich wollte runter aber das ist nun auch nix ich habe keine Fackeln am Start was soll ich mir Brot in der Lüber nähern tue die kohle mitnehmen nicht vergessen kohle kohle kann man nie bekommen Verschwendung. Egal, ob man ja wieder hier hochkommt. Ich höre Geräusche. Das ist nix. Das ist nix. Okay, vielleicht in die Richtung. Ich höre doch was. Oh, hier ist nix. In diese Richtung. Vielleicht über mir. Hier ist nix. Hier haben wir umsonst. Vergebens. Graben. Dann gehen wir hier lang. Ah. Aha. Das wird scheißviech wieder. Sterb endlich. Das ist von der Kollegin. Das weiß ich ja sowieso. Weg verschwören. Ja, das wird leuchten hier. Oh, hier weitermachen. So. Nur wirklich wenig spawnd hier in der Nähe direkt. So, wir holen uns erstmal die Sachen hier von der Wand. Oder von der Decke. Wie auch immer. So, hier zum Beispiel. Die Teile nehmen wir mit. Natürlich. Okay, Diamanten. Auch Diamanten. Was haben wir hier? Nichts mehr haben wir hier immer noch Kohle gehabt. Wo war Kohle? Da war Kohle. Hier müssen wir mitnehmen. Ja, nicht anders für die Kohle hier noch mal gelassen. Kohle-Kohle brauche ich mehr damit. Und es geht nicht ohne Kohle-Kohle. Wo brauchen wir? Unser liebens eigentlichs hier. Oh, dunkel. Was hat der Fernseher? Ist ausgegangen? Wollte mich. Plötzlich wäre das dunkel. Das guckst du nicht. So, der Fernseher, der einfach ausgegangen ist. Also gerade nicht betätigt wird. So. Dann haben wir hier noch Kohle. Das ist ja wohl. Dann haben wir mit. Kohle. So. Hm, was macht denn das denn? Hat er geschrieben eigentlich? Hm, wo haben wir uns mal die Harte draufgeschickt? Okay. Das hat er nichts weitergeschrieben. Ist doch gut so. Kann ich mich hier ganz auf die Diamantensuche konzentrieren. Mehr oder weniger. Oh, ich bin voll. Achso, ich habe ja wieder Bruchstein in der Tasche. Ja, damit. So. Das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Das ist schon wirklich mal bloß voll, ne? Da sollte ich das mal doch wieder rausfinden. Und, äh, ein bisschen Krempel abladen. Oh. Hm. Nix. Ich tue mir die Augenbetter und zack. Räumen wir alles auf. Das ist ordentlich. Wir erhalten das hier alles sauber. Hoppla. Lass mal wieder. Dann tun wir das hier in die Kiste rein. Ist das noch Kohle? Ich hatte die Kohle hier liegen lassen. Das ist ja gar nichts. Dann tun wir eine Fakul hier. So. Ist das aber spawnt? Sehr doof. Hm. Was soll ich noch da haben? Das zu. Okay. Hä? Das ist auch für Ende. Hier würde ich jetzt noch ein Rümpeln. Da schmeißen wir es rein. Hm. Da haben wir hier viel Holz rein. So. Noch was? Noch Fragen? Achso. Wir müssen die... Oh. So sind die Öfen. Die sind die Öfen. Wir werden hier mal eben schnell den einen Brocken Gold hier anschmelzen, damit das gleich wieder weg ist. Plupp. So. Dann brauche ich noch mal ein Crafty Turbo. Mal kurz. Soll ich das Brot erstmal aufwästen? Ich mach den ja mal weniger. So. Dann ein Crafty Turbo. Gold zu Brocken, das lohnt noch nicht. Aber Kohle. Das lohnt. Dann müssen wir ein bisschen sparen. Platz sparen. So. Hm. Da sind noch ein paar weg. Nö. Das war's. 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 Okay. Können wir noch irgendwas? Holz kann man nicht so irgendwie verdichten, ne? Kann man einfach nur wissen? Nein. Kann man nicht. Hoch. Ja. Kann man nicht. Mal einen Versuch. Kann man nicht. Alles klar. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Ups. Ich hab's mitnehmen. wieder was neues haben wir genug holz hier oben steht hier stück genau passt was wir hier wieder vorbeikommen haben wir gleich an sich stehen fast das vergessen haben zu nehmen so wo geht es weiter hier schluss das weiß ich dann hier noch mal muss ich hier noch was auf klettert schon fertig ist hier los immer schön rechts anbringt sie irgendwie weiter hier geht es weiter also nur anscheinend durch was hier weg war schon schon wieder voll haben wir das band hier ich muss noch mal loswerden hier hollicht hier kommen wir wenn ich einen entdeckt bekommen sie gleich in horden so ein kleines problem was ja schon wenn ich nur einer gewesen sein wenn noch mehr zukommen ein bisschen mutierte drucken ist auch noch verdachte scheiße das heißt ich könnte auch von oben noch runterfallen zu hunderten das ist jetzt mal raus und meine ressourcen weg bringen da komme ich doch nicht drum herum taschen sind voll das wasser plätschern aber noch kein diamant hau kripper hallo kripper aber zwei das ist ja ist auch noch mal kohle das wasser mit so wasser so haben wir hier meine fackeln so fertig für lava so und da habe ich gekommen nach mir hoch gegangen genau soll die kiste da ist die kiste einschmeißen und einschmeißen so viel scheiße bei mir jetzt sind das in griffe kommen mag auch nichts verzichten ich gesagt ich muss einfach tatsächlich meine beute mal weg bringen diamanten in der tasche hätte jetzt ein erfolgsgefühl gehabt dass sie auch sagt warum es lohnt sich das auch nach hause zu gehen das ist die höchste zeit nach hause zu jetzt irgendwie scheiße aus so von der decke hängt hier so und stelle die ganze höhle hier oben gucken mag schnell aber oben werden wir kein diamant finden aber jede menge kohle schon schwimmen seine gucken wir eine nach kommen wir keine nach schweiß über mir schwimmen 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 ganz oben es kommt von oben da oben irgendwo schwimmen 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 und wie ich jetzt gelandet war so deshalb jetzt muss jetzt mal die kohle holen hier und da ist noch ein tunnel da ist noch ein da sind noch ein skelett da hinten ok schauen wir mal also das bemerkt mich noch nicht es sind mir wieder zu viele wesen hier die monster ich war mir ein bisschen nervös ehrlich gesagt so das gefällt mir gar nicht das gefällt mir überhaupt nicht so ich habe nicht einen diamant meine taschen sind voller kohle und allem möglichen scheiße aber kein diamant ich kann schon wieder nichts mehr mitnehmen dann habe ich dieses scheiß mitfaden hier in der tasche weg damit dann fangen wir jetzt noch mehr kohle so verdammt viel kohle verdammt viel kohle ist hier na da war ich schon ja genau hier über belästig alles klar doch ich bin auch von hier gekommen lustig so facken verwirrspiel und hier geht es runter und hier geht es rauf die facken sind hier rechts aha ok hier geht es im kreis hier geht es im kreis und da geht es auch nochmal rauf super das aber hier oben wahrscheinlich ja das hat mein müll abgeladen hier geht es noch weiter ein paar lichter hin hallo ha ha komm zu mir was sie denn hallo wenn ich ich habe auch einen bogen für mich gerade einfach noch dann habe ich erwarte mich denn das system was gerne nach oben nach oben kriege ich ja kein diamant die feine habe ich dann noch mal ein stück sind mehr feilen geworden ah scheiße an hier weg ich habe mich ja lieber das holz auf was habe ich denn jetzt eingesammelt knochen knack auf knochen so aua ach schloss auch nochmal licht machen so ist noch nichts weiter dann hier sind noch klein sie die wir einsammeln können da kann man auch schön runterfallen natürlich kohle jetzt so in der hand so so naja alles mit dem ist ja gut klar wir brauchen Gleise viele Gleise brauchen wir und hier waren wir das erste ende und jetzt hier irgendwie weiter naja hier geht es weiter in der tat aber da warum schon das heißt wir sind fast zu hause ja fast zu hause das eisen haben das wieder mitnehmen schon kann diamant gefunden habe ich leise mit dem was war schon der fall von einem pfeil der steckte wohl ein pfeil drin das licht hier ist also aufgeklärt da drüben sind noch gestern glatt war da drüben ich will mit nichts zu tun haben wir gehen mal zurück und bringen hast du hier los aber so ein arsch und da ist ein creeper na toll spontan hinten krieger zwei creeper sondergespornt hat du kacke so er legt das ist einfach zu dunkel dann so noch jemand mehr licht das geht ja gar nicht dass hier die viecher sparen können so und ich habe noch kein team aber ich werde mein kram jetzt erst mal los und bringen wir meinen kram weg ja spiel haben wir es denn auf gut klotz und gleich mal nichts geschafft wieder nichts und ärger dass ich meine kässe das ist nicht wie sie erfährt kässe da kommt das wieder brot rein und hier haben noch mal gleise ohne ende gleise gleise jetzt so vorstkissen war vorstkissen ja noch was gefunden das machen wir was zu schmelzen hier noch schon steine schon hier zack dann haben wir verstanden genau für hier theoret und also stand stand und stand noch nicht drin stein wandern wir sowieso um in so baumaterial haben wir baumaterial hier ist baumaterial rein damit genau die vier schmeißen wir noch rein haben wir 64 die können wir wieder in den ofen tun da haben wir wieder in den ofen frei da können wir das reinschmeißen und ja wertstoffe hier haben wir noch ein paar eisenblöcke da haben wir weiße wolle jetzt schon haben wir jetzt endlich ja stimmt es hat etwas gefehlt kisten und dann haben wir noch mehr wagen jetzt haben wir noch mehr wagen ein andere Sorteosystem hier im Turm weil wir ja noch mit leise kriegen so lassen die nicht stacken die Ollos äh die die Lohre so nochmal Kohle jetzt haben wir schon den ganzen Stack Kohleblock Holz eine andere Kiste und Kohle stacken wir nochmal ein bisschen genau Holz und Goldmaterial ist hier drin da gab es das Holz rein zack das haben wir schon mal dann haben wir noch zwei Namensschilder kommt hier rein dann haben wir jetzt nur mit drei weiß gar nicht was wenn man die Namensschilder anfangen kann das gehört dazu die genau gut sind das müssen wir nochmal rausfinden dann haben wir nochmal lapis la tschuli lapi dann bricht man sich die Zunge dabei ab sonst so vier Pfeile das heißt die brauchen wir erstmal nicht mitnehmen die Pfeile und Bogen die brauchen wir nun wirklich nicht mitnehmen Eisen können wir mal die Hälfte hier lassen wir gehen natürlich weiter auf die Suche ist ja klar so wie sieht unsere Rüstung aus sie ist ganz gut Schoss noch ja nicht ganz so viel abgekriegt und 64 Stack Kohle lassen wir hier also aufhören ja 20 Kohle nehmen wir mit eigentlich finden wir hier genug Kohle ich brauche keine Kohle mitnehmen dann machen wir diese auch noch zu Blöcken pass auf dann machen wir jetzt noch schnell Blöcke draus so zack achso quatsch so zack kriegen wir noch mehr hin so alles klar drei Kohle rein damit und drei Kohle hap für Fleisch wenn wir dabei haben Wasser einmal ist klar ok haben wir alles ok gehen wir mal in die Richtung einfach mal essen ich muss was essen so ah facken sind egal also lustig sehr lustig brauche ich doch noch mal Kohle wo ist die Kohle da nehmen wir die drei Kohle im Momentar zack machen wir uns noch mal ein paar facken aber zwei facken ist ein bisschen zu wenig 14 facken ist ok bisschen mehr wäre besser aber werden wir noch Kohle finden denke ich essen so schaue ich auf meine schlaue Uhr was sie sagt sie 24 Minuten erst ok haben wir noch Zeit ungefähr die Frage ist hier geht es in keine Höhle wir müssen aufklären hier geht es runter hier waren wir schon hier waren wir schon oder waren wir ne da waren wir noch nicht das ist noch nicht fertig ausgeleuchtet da runter runter hallo stepp haben sie flink gewonnen so nicht ist das ist das Diamant ist das was wäre das ich das halte Tatsache endlich endlich Diamant gefunden ist ja nicht zu glauben wie geil ist das denn so nebenbei so hier gar nicht tief das hat mich jetzt überrascht das ein bisschen wir haben Diamant sozusagen ein Teil unserer Aufgabe erfüllt mit einfach noch mehr Diamant haben ich bringe das Diamant erstmal gleich weg damit nichts passiert nichts Schlimmeres und die Kohle nehmen wir natürlich hier mit das ist ja cool gleich stellen wir drei Diamanten stellen wir dann gleich mal ich hoffe nicht so jetzt gehen wir wieder hoch hopp das ist ja cool drei Diamant naja besser als nix muss ich sagen ne dann lohnt das schon mal hier so ein bisschen mal zu luken was man hier so inzwischen hat ne hopp wir füllen mal zurück schnellen wir zurück hüppeln hm das sind halt so Geräusche hm ja hier wandern wir erst mal den Stein wieder rein so und hier haben wir wieder Essensreste wie abgenattige Knochen drei Diamanten drei Diamanten oh ich bin so glücklich drei Diamanten coole brauchen wir schön drei Diamanten endlich warte jetzt Wir brauchen noch mehr. Ja, vielleicht ist auch noch gut. Alles klar. Heißt, wir brauchen Start. Mir ist sehr interessiert, ob es hier auch was gibt. Hier unten. Was ist das? Die ist nix. Okay. Da war ich ja eben, glaube ich, ne? Dann ist es nur hoch. Ja, da wäre noch mal hier lang. Ach, geh mal hier lang. Ja, hier schon mal Gold. Das kann schon mal nicht verkehrt sein. Gold kann man mitnehmen. So, Gold haben wir. Und natürlich mal Fangen wieder rechts anbauen. Das ist ja klar. Da haben wir es, haben wir es. Das ist geil hier. Eigentlich Eisen. Oder so viel ich die Wand finden würde. So, das war's. Okay. Da haben wir eine Fackel hier hin. Das ist nicht. So, und da ist noch Eisen. Also, Eisen ist reichlich und sagt dann, ne? Einfach mal alles mit ihm. Warte, du wieg. Das ist schon zwei. Dann glätt sich hier. Kohle. Ist klar. So. Hm? Verküßt ja schnell die Orientierung, ne? Wo wir jetzt herkommen. Ach, hier. Und da kommen wir. Genau. Da muss hier ein Luftfeuer bauen. So. Hm? Hier ist der Ausgang. So. noch ein paar machen haben wir wieder genug 60 stück bringen ja 64 stück und aber jetzt bin ich vorne ausleuchten mit schlechtem aus was weiß ich nicht so ist kohle und enders kommen was ich in die kästen haben jede menge gun pulver und verdorbenes fleisch kürbis kerne schwarz brot brot schwarz pulver verzaubertes buch schusssicherheit 1 ok schallplatte gold natürlich einmal redstone gold schon nicht ganz schlecht und die kästen immer mit einfach weil ich gierig bin so und das hier aber immer so ein bisschen den raum wie ich da mal sollten wir tun so und später schön die als punktespender nutzen wenn ich das noch wieder finde ich das so ich werde ich hoffe ich hier nicht in der hand haben zu so stück für stück brauchen wir uns das aussieht kohle werden wir natürlich wieder mit selber klar kann nicht genug von haben die rütt kommen ist ein stein hier ganz theoretisch ein stein das stein mit so fertig braun so ein bisschen so nicht fertig aber mehr stein stein niemand wollte eine mauer errichten so wie wir reingucken so haben wir noch jetzt noch weiter nicht weiter so nicht hoch geradeaus war der jungen erlauben dass man kieße das heißen und kärz und wettel aber aber wenn ihr gutes zeichen sein für jemanden in die richtung da ist auch nix auch nix okay ist einfach nix bei seite schaffen vielleicht sein da was zu finden das ja auch verborgen hat scheinlich ist nichts verborgenes Hexen höre ich. Können bald Apfel mit. Hm. Hm. Ups. So, da haben wir schon welche. So. Nö, hier ist nichts. Okay, alles klar. Das ist geplündert. Huch. Habe ich hier nicht raus, ne? Weil hier über mir Deckel ist. Hopp. Okay. Das hätten wir. Jo, ist nichts mehr. So, das ist geplündert. Ich bin vorhin habe ich stillgelegt. So. Da geht's wieder raus. Okay. Ja. Hier sollten wir auf jeden Fall eine Tür einbauen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich muss die Tür einbauen. Irgendwie. Ja. Dann können die drei Fackeln hier weg, weil da ist nichts mehr. Ja. Eine Fackel hier. So. Sollen wir sehen. Eingang weiter. Wie ist da los? Achso, das ist nur dasselbe Weg. Alles klar. Das bringen wir uns nicht wirklich weiter. Oh, hier. Hier ist Eisen. Das kann man mitnehmen. Eisen sind wir mit. Ich bin ja nicht hier den ganzen Gang raus. Aber, was ich wollte, Diamanten finde ich hier nicht. Also einfach, muss ich schon tiefer gehen. Das war jetzt echt eine Ausnahme wahrscheinlich, dass ich hier Diamant auf Flieserhöhe gefunden habe. So. So. Aber mit Glück wird man sowas halt nennen. Kohle. Kohle. So. Hm. Ach, hier geht's runter. Uah. Muss auch wieder hochkommen. Ja, gar nicht, wenn ich wieder hochkommen werde. Das ist ja doof. Das Lover. Hoch. Also hier geht's hoch. Hoch. Hier geht's hoch. Hoch. Hier geht's hoch. Fucken. So. Und dann immer rechts. Und da haben wir Eisen. Und da wird. Da hinten ist Lover, habe ich gesehen schon. So. Und das Diamant. Das ist das nicht jemand. Und jetzt mal das Gold mitnehmen. Sehr cool. Das ist gut. Mit gebrauchen. Da können wir immer noch ein paar Goldäpfel bauen. Das machen wir ja mal zu. Waren da für eine. Ah, vielleicht schon beschossen hier. Ja, ja, ja. Was? Er hat sie am Brennen lassen. So. Hier ist auch noch mal. Oh, ein bisschen ausleuchten, ne? Ist hier nicht so in der direkten Nähe verspornt. Aber hier sind rechtliche Ressourcen, ne? Fette Ressourcen. Oh, dann kommt der hier. Was ist denn hier? Ich habe nicht gefressen. Scheiße. Ich muss dringend was fressen. Hey. Au, rein geht's. So. Jetzt habe ich wieder Haie, sonst ist das echt scheiße. So. Also nehmen wir mit. So. So. Ich muss noch mal Lava da. Ich hoffe, mich hier einer gleich runter schuppt. Wo ist mein Wassereimer? Wie sage ich? Allmöglichen Scheiß in der Hand, aber nicht das Wichtigste. Wassereimer. Oha. Hab ich kaputt. Oh, Sau. Dann Creeper. Natürlich. Hör ab zu scheiß wie ich. Zwei. Boah. Oh, die Sau hatte mich fast umgebracht, die Pissmelke. Komm hoch da. Gut, dass ich den Wassereimer dahin geschüttet habe. Sonst kommt diese kacke Spinne auch noch an den Start hier. Tschüss. So. Ist gut. So. Wieso habe ich eigentlich... Es ist eigentlich immer noch Wasser da geblieben. Es hätte eigentlich verschwinden müssen, als ich meinen Eimer aufgesammelt habe. Sehr merkwürdig. So. Wenn ich das hier wieder... Hier im Foppen versuche, machen wir das mal hier zu. Und holen das das mal von der Decke. Kein Diamant ist noch hier. Wie ist so viel Dreck in der Tasche? Weg damit. So. So. Hier irgendwie lebendig runter, ohne tief zu fallen. Nein. So. So. Sehr schlau, wieder unter meinen Füßen weggebaut. So dumm kann ich ja nur sein. Mann. Immer so dumm. Da ist auch jetzt gar nichts mehr. So. So. Ist klar. Fangen anbringen. Hier geht es ja hoch. So. Oh. Jetzt kein Diamant. Ich habe mich verguckt. Ich habe hier Diamant gesehen. Hörst du mein Wasser weg? Was? Das ging scheiße hier. Und hier los, Leute. Falsch gekippt, ne? Direkt blau gekippt, ne? Ja. Jetzt wieder zurück Wasser holen. Kriegen wir das Wasser her? Läuft hier irgendwo noch Wasser? Mal was da hoch. Weiß nicht mal, wo ich hochkam. Hier. Aber ich werde ihn wieder herfinden. Hmm. Auch Wasser. Toll. Hier ist Wasser hier. Das nächste Mal Wasser. Hier ist kein Wasser. Äh. Kein Wasser einmal starten, ne? Scheiße. Brauche ich noch ein Wasser einmal da. Gucken. Wasser einmal. Ja, hier mal Wasser einmal. Cool. Den rein. Den wettnehmen. So. Ach je. Dann haben wir hier so viel Scheiße in der Tasche hier. Deorit. Kies. Nochmal Kies. Wie das scheiße ist. Ähm. Jetzt noch mal Stein. Start. Ja. 64. Aber da geht es natürlich in den Ofen rein. Ist klar. So. Zack. In den Ofen. Ab in den Ofen. Was war da aber? Ich kenne mich an. Da ist Stein dran. Gut. Dann hier auch Ofen. Ofen. Was war da aber? So. Das Essen. Das ist unsere Gefresse. Kommt alles hier rein. Auch Kammelfleisch. Zack. Wir haben wieder drei Brote am Start. Äh. Zwei Kisten. Karnpulver. Spinnenbeben. Die können wir jetzt decken. Äh. Nein. Die nicht. Die aber. So. Äh. Kohle. 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 Dahin. 63. Oh. Da kann ich keinen Platz mehr für. Mhm. Diamanten legen wir da an. Hier. Ja. So. So. Dann haben wir nochmal ein schlaues Buch. Das ist gut. Dann werden wir das so nicht hin. Eine Schallplatte. Okay. Mal finden wie man will. So. Pulver hier. Dann. Äh. Schön wollte ich. Dann haben wir nochmal Gold. Eisen. Eisen. Bei uns. Bei uns. Eimer. Leerer. Stickies. Brauchen wir bei uns. Die sechs Fackeln nehmen wir mit. So. So. Äh. Der Fackel kann hier rein. Ich bringe hier keinen Bogen mit. Sattel dann schon auch hier rein. So. Dann brauchen wir auch noch eine neue Spitzsacke bauen. Sehe ich gerade. Wir haben nicht mehr zu viel. Bauen wir mal eben. So. So. Ein Spitzsacke am Start. Wir schauen. Wir sehen. Wir haben da irgendwo nur wenig. Hier. Das ist so viel. Das Gold. Eigentlich sind so eine kleine Portion. Da. So eine kleine Portion. Stahl können wir mitnehmen. Eisen. So. Jetzt haben wir noch eine. Achso. Die Spinnweben wollte ich. Ähm. Ach. Die werden. Das ist einfach so. So. Und dann können sie auch eine Kiste. Zack. Alles Wolle. Alles Wolle. Alles Wolle. Rein, aus. Spinnweben. Wenn wir uns gleich ein geiles Schwert machen. Zaubern. Dann müssen wir ja aber zurück zum Dorf. Was machen wir? Jetzt im Spiel haben wir es. Ach. 20 Minuten. Nehmen wir so viel Zeit. So. Dann kommen wir wieder zurück. Zum Lauersee. Weil wir Diamanten haben. Auch mehr Diamanten. Und dann in der nächsten Folge wandern wir zu unserem. Äh. Äh. Wieder zu unserem Haus. Oder zum Dorf hin. Damit wir unser Diamantschwert dann verzaubern können. So. Oder schwarze Spitzacke. Oder beides. Wie auch immer. Ja, das holen wir auch noch runter. Hopp, naja. So. Ich stelle mich hier nicht hoffentlich nicht zu trottelig an mit dem... Jetzt auch noch weiter. In dem Wasser. Hoch. Ja, wo muss ich hier runterkommen? Jetzt will ich mir hier den Ökkel hinschüppen. Na ja. Hat nicht geklappt. Komm, noch einer, nein. Sei tot. Komm, noch einer. Ich höre euch doch, ich höre euch, kommt zu mir, ich höre euch doch schon, wo seid ihr? Hm. Na, wo wollt ihr hinkommen? Na gut. Wo ich hier Glück habe. Ich konnte gar nicht mehr, wenn ich mir die Kohle hier unterholen. Ich habe mir die Lust zu sterben, habe ich gerade wieder 33, 33, und die brauche ich ja, um gute Waffen zu bauen. Okay, dann machen wir weiter hier mit unseren Bewässern. Okay, dann machen wir weiter hier mit unseren Bewässern. Ich hoffe, ich habe hier mit unseren Bewässern. Ja, ich hoffe, ich habe hier mit unseren Bewässern. So. So. Direkt probiert gegossen. Ist immer noch dunkel. Wir holen hier auch mal Licht hin. Nicht so viel spawned hier. So, jede Menge Kohle. Brauch nicht viel Diamant, oder? Na? Kannst du das? Mhm. Dann muss ich dich. Genau. Da kommt das Lava an. Geschossen hier. So. So. Haben wir. Hätte ich gern ein bisschen Diamant gefunden, das wäre mir viel lieber gewesen. Hm? Hm? Hier ist nix. Okay. Nix. Nix. Nix hier. Schade. Dann weiter. Und dann hier mal gucken. Hm. Jetzt schon. So. Jetzt noch mal nicht ganz verkehrt. So. Aber kein Diamant da. Hoch. Ja. Kaputt. Diamant. 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 So. 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 Wir gehen jetzt mal in die Richtung gucken, ob hier jemand ist. Hm. Ne. Das ist kein Diamant. Haben wir denn? Viert Diamant. Hm. Das ist wahrscheinlich ganz verkehrt. Ich bin hier noch mal gucken. ja das ist vielleicht aus wenn man die richtung kommen das war nicht so toll wie diamant aber schlecht sagen oder auch gleich noch mal Kohle, nimm mal mit. Ah, das ist die Zombies. Nervig. Ich bin ein bisschen angespannt, wenn ich bin, ich bin etwas ruhig. Hm, so. Gut. Oh, ich muss zum Ende kommen. Ich muss ja noch, ich muss noch Nachrichten gucken und dann will ich noch ein paar Musikvideos in meine Playliste tun. Ähm, so. Und dann muss ich auch ins Bett. Ah, super. Da wollen wir jetzt weiter. So. Schön, schön. Oh. Herrlich, ne? Da geht's hoch. Da geht's ja gar nicht hoch. Damit nicht. Da will ich ja Diamanten finden. Das heißt, ich muss hier unten bleiben. Das lasse ich anderem forschen. Übrig. Hm, ne? Diese Fledermäuse gehen mir echt auf den Sack. So. Hier ist nochmal Redstone. Kein jemand. Hm, schade. So, das auch nochmal Redstone. Das ist nochmal mit. Hey. Wo denn? Wo bist du, du kleines Missviech? Ich werde dich doch. Ja, du hast also immer mit. Klar. Das ist nochmal Redstone. Äh, Backel. Kohle. Wasser. Hopp, zumachen. Stein. Oh. Weil ich hier gerade wett von Stein. Hier in den Bruchstein. So. Zu. Hm. Ah. Dann nochmal kleiner Lava-See. So. Dann haben wir gelöscht. Ihm mal schnell. Hier irgendwo Diamant sehen hier irgendwo. Das Lava noch. Warten wir jetzt weiter. Okay. Sommer Lava. Hm. Ja. Löscht. Sonst kein Diamant? Diamant, Diamant. Kein Diamant. Ja, Lava. Kein Diamant. Ich habe meine Fackel wieder weggespült. Das ist ja schlau von mir. Ah. Ah. Mann. Das ist nervig. Oh. Oh, eine Lava geflogen, würde ich sagen. Äh. Oh, das ist auch noch ein schöner Lava-See. Äh. Fällt mir nicht wohl. Fühlt mir nicht wohl hier. Muss hier noch Räson abbauen. Lab-Sie, Lab-Sie, Lab-Sie. So. Eißen haben wir hier auch. Lab-Sie ist auch nicht unwichtig. Jetzt nehmen wir mit. So. Hm. Puh, das muss noch eißen. Machen wir die Fackel woanders hin. Das ist ja eine scheiße Position. Cooler und Eisen. Immer noch eißen. Wollte ich das Eisen gesehen? Da. Das konnte ich auch noch nicht sehen. Ist ja hinter der Wand. So. Eisen habe ich von also selbst gesehen. Scheiße, ich schieße mich hier gleich runter. Ah, sag ich doch. Komm mal runter zu mir. Au revoir. Wasser essen. Ein kleines Snack essen hier. So. Dann holen wir uns das Eisen hier auch noch raus. So. Haben wir. Haben, haben wir. Machen wir ein bisschen Licht oben. Da haben wir eine Skelette. Skeletto. Die können wir mal pullen hier. Anderer Mann höre ich auch. Was ist denn? Oh, ein Creeper. Creeper ein Gepäck. Hier. Hier bin ich. Kommst du? Hey, du Feig. Aufpassen, wir waren ein Creeper. Ja, ja. Vielleicht muss ich töten. Das, komm mal. Ach, das ist ein Lava. Komm her zu mir. Da ist Creeper. Uh, der war, der war, der war, der war pingelig, du. War schon lange aus der Reichweite. Wir sehen dann trotzdem noch. Der war ein, der war ein aggressiver. Der war extrem schlechte Laune gehabt oder so. Hallo, Schmiede. Der geht hoch. Natürlich. Ah, natürlich. Natürlich, natürlich. Und ich hab... Doch, hab ich mit. Ich wollte schon sagen, ich hab die Kräfte in den Tablet vergessen. Dann hab ich nicht. Mal eben schnell. Zum Beispiel, zack, ihr Kräften hier. Zwei, ein, zwei, ein, zwei. So, zack, machen wir zwei Stück klar. Zack. Weg. So. Dann lass ich sie wieder einpacken. So, und hier ist Gold. Aua, noch einer. Und dann ist Scheiße. Die gehen wir auf den Sack jetzt langsam, die Skelettos. Kommst du runter. Sehr freundlich von dir. Meine Güte. So, Falle Felde. Falls mir da was passiert und ich runterpurzel, falle ich nicht direkt in den Raum, das ist ein anderer Mann. Das war natürlich unterwegs. Wir sehen, was da an der Deckel kommt. So. Ich tue mir das Eis mit. So. Hm. Muss, äh, Fackeln setzen, das weiß ich nicht wirklich, wie ich zurückkomme. Vielen Dank. Äh, ich setze hier links auf die falsche Seite. Fangen wir mal rechts zu setzen. Und hier, wie ich setze, die Parkierung. Was da noch muss. Hm. Fällt mir gar nicht hier. So viel Lava hier, muss ein bisschen gelöscht werden. Na toll. Arsch. Arsch auf Lavasee. Hm. 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 Nö. Nö, hier ist nix. Okay. Ich will nochmal Kohle mitnehmen. Wann wir machen. Wie gesagt, haben wir es besser, wir brauchen. Nehmen wir das mal mit, ne? Die Musik ist total dramatisch und hektisch. Wäh, wäh, wäh. Wozu denn hin? Komm weg, komm ab. So. Ja. Ja. So, hier ist es Ende. Gibt es hier vielleicht irgendwo Diamant? Sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Ja, mit Diamant. Ja, nix. Neues Eisen. Das ist nix, ne? Das läuft hier so verdächtig hell. Ein bisschen Sorge, dass mir unter mir eine gleiche Lava kommt. So. Hm. Ich will point your mount hier. In die Richtung. Oh. Hören wir mal durch. Wollen wir jetzt hier hin? Nix. Jetzt nix. Hoch. Da ist auch nix. Das war so eine Höhle. Ah. Verdammt. Ohne Höhle hier. Keine Fackeln mehr. Dann werden wir Fackeln basteln. So. Oh. Hallo, Püper. Mal wieder das Wasser hier. Hopp. Explodieren mein Wasser da. Ne. Das ist ja nicht ein Wasser explodieren, ne? Jetzt hier haben wir den Boden. Ja, also hat das nix. Schaden anrichten, möchtest du einfach. Da haben wir die Plansche da hinten. Okay, wir lassen Planschen. Das hat ja Spaß wenigstens. So. 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 Komm her. Ich muss besser schläge ich nur von mir. So. Schwimm mal zum nächsten. Äh, pack an, pack an, pack an. Hopp. Dunkel. Ich mach Dunkelheit nicht. Wollt ihr ja so wenig sehen. Hopp. Äh, schwimm, schwimm, schwimm. So. Hopp. Wollt ihr da? Weiß ich noch nicht. Das Wasserfländer laufen. So. Ne, ist nix. Okay. Wasser laufen lassen könnten. Sie gehen ja schon mal nicht kommen weiter. So. Ja, Schritte. Das beugnig ich mich so ein bisschen. So. Hier irgendwo Diamant. Lava finden wir hier. Machen wir Lava. Lava. Lava jede Menge. Aber kein Diamant. Hm. Machen wir hier lang gucken. Machen wir hier lang gucken. Okay. Das soll aber nicht mehr werden, ne? Ich geh auch zu schnell auf. Aber, ja. Ich muss mal zurück, weil unsere Aufnahme geht zu Ende. Oh, schon zur Bezug. Schon längst zu Ende sein, ihr Hopfkel. Schade, schade. So, von hier sind wir gekommen. Von hier sollten wir auch wieder gehen, ne? Ich glaube, hier sind wir durchgegangen, ja? So. Hopp. So, wir auch hier zwei Fackle machen. Lass uns Bescheid. Hier geht's raus. So. Da so ein bisschen Strip-Mining. Irgendwann die Richtung mal ein bisschen buddeln. Kurz mal reingucken. Kleine Schaubigkeit gucken kann man ja einfach. Na, nichts. Nix, nix, nix. Okay. Wenn wir die Platz in den Taschen, kann man das noch mitnehmen. Pö. Ich hoffe, wo bin ich gekommen. Ich hab mir ja nicht so viele Wegmarken gesetzt. Gerade feststellen. Diamant hier irgendwo. Redstone. Redstone haben wir hier. Redstone haben wir hier, wenn wir hier. Kein Diamant. Kein Diamant. Hm. Kohle. 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 Hm. Mal wissen, was wir legen, dass wir Licht haben. Ah, da kommen wir her. Okay. Was ist da los? Hier ist so dunkel. Oh, Creeper. Hallo. Komm an. Hi. So. Noch einer. Ah, noch ein Creeper. Natürlich. So, noch ein Creeper. Hopp. Oh, der war empfindlich. Wir brauchen hier so viele Creeper an der Stelle hier. Ist ja eigentlich nichts Besonderes. So. Aber ich sollte da den Lavasee killen. Oh, von hier oben aus. So. Fertig. So. Genau. Hier vielleicht zufällig Diamant. Das ist eben nicht. Nein. Ein Durchgang zu den, also den Lavasee finden wir hier. Hm, super. Hat sich ja gelohnt. Hier was? Ja. Nix, nix, nix. Was da? Ja, sein können. Ja, was sein können, ne? Ah. Jupp. Da wollen wir auch schon. Mal schauen, wie das Eisen können wir ja mitnehmen. Das Eisen können wir ja gerne mitnehmen. So. So. Zack. Fertig. Ist fast egal. Können wir liegen lassen den Dreck. So. Hier wieder hoch. Hm. Mist. Ist das Eisen hier oder was? Wo? Da. So ein Arsch. So. So eine Giga. Wieder links. Gold. Kohle. Hier haben wir die Kohle hier wieder. Ich glaube, die haben weiße Kohle hier weg, aber... Kein Diamant. Die Diamant will ich finden hier. Wenn ich hier gerade Kohle finde. Das wäre cool. Das wäre ja mal was. Jede Menge Kohle hier. Aua. Ach man. Ist mal auf dem Senkel. Ja, ja. Da ist ein Creeper. Ich habe ihn gesehen. Oh. Ja. Dankeschön. Genau das wollte ich. Alle scheiß Skeletto ging mir auf den Sack. Da waren wir auch schon. Gucken wir mal hier. Waren wir hier auch schon. Ja, waren wir auch schon. Waren wir weit schon. Ist aufgeklärt, ne? Fackel, fackel, fackel. Aua. So. Jo. Ist einfach hoch, die Hühle. Bau sie hoch. Au. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was hier? Nichts. Nur eine dunkle Ecke. So, hier waren wir auch schon. Das Kohle. Lava springen oder so. Wäre doof. Habe ich hier irgendwo noch schön Eisen gesehen. Weiß ich nicht mehr. Vergessen jetzt. Was war da? Da war schon nicht auf die Nase. Aber was soll denn das jetzt? Ich soll was essen. Bin ganz schön angeschlagen schon. Das ist noch ein Creeper. Die laufen ja nicht in jeder Ecke, ne? Die Viecher. Oh, hier ist noch mal ein Lava-Fluss, ja. Wow. Gehen wir hier rüber. Ja. Da ist halt schön, ne? Ganz als Deckung. Sieht ja irgendwie cool aus, ne? Aber, ich möchte jetzt nach Hause. Ich habe Angst jetzt. Irgendwie sieht das so bedrohlich alles aus. Die Musik ist auch gerade so hektisch. So bedrohlich, meine ich. Wo komme ich hier jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich kam. Weil ja hier jetzt so zertlüftet ist, und man so tausend Fakten hier überall hingebaut hat. Sich irgendwie wieder zurechtfinden zu können, eventuell, aber das kann man vergessen. Ich weiß nicht, wo ich herkomme jetzt. Da, da geht's raus. Okay, dann können wir die Kohle hier noch mitnehmen. Das Eisdruck ist ja auch noch, ne? Ähm. Da muss ich hier mal Fakten hinsetzen. So. Ich weiß, dass es hier rausgeht. So die Kohle mitnehmen. Und sonst keine Lava, ne? Ich rieche irgendwie ein Lava-Pourzel. Mag ich gar nicht haben. Okay. Schon alles gelöscht. Ich komme hier, Kohle mitnehmen wenigstens. Huch. Ich bin nicht weiter, hopp. Hm. Jetzt wird wieder eine Stufe runtergestuft. Runtergefallen hier. Ah, nicht sehr viel Kohle. Gibt's ja gar nicht. So. Okay. Dann holen wir uns das Eis noch schnell hier. So. Zack. Hauen wir. Das haben wir, haben wir. Und dann geht's raus. Und hier geht's runter. So. Jetzt bin wir doch schon in Lava-See, genau. Puh, ja. Also irgendwie tut es mir ja ein bisschen zu unübersichtlich. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Hä? Geh ich hier hoch oder muss ich hier lang? Weiß ich jetzt nicht. Ne, so hab ich da angemacht, weil ich es hier lang muss. Die Fackeln müssen links sein. Jetzt überlegen. Da sind die Fackeln links. Ne. Jetzt sind links-rechts. Uah. Das heißt, hier ist so ein doofer Raum. Was macht ihr? Also nimm mal mit. Ah. Ich glaube, ich muss das hier auch. Ich muss Schluss machen jetzt. Ich muss leider an dieser Stelle Schluss machen. Also nicht zu Hause. Dann werden wir in der nächsten Folge versuchen, nach Hause zu kommen. Also nimm mal alles mit. Verdammt, ist ja viel Kohle. Auch ne Kohle. Hört nicht mal auf. Mal verrieren. Ist ja nicht dunkel. Ist ja in der ganzen Dunkel. Also gruselig. So, war ich nicht. Grusel, grusel. Kann ich aber auch nicht leiden. So. Aber das haben wir die Kunde. Alles haben wir alles. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Oh, ist ein Rettstum. Muss ich auch noch mitnehmen. Ach, Rettstum, muss ich ja mitnehmen. Ist mir ja leid. Oh, war mir der Lava. Nein, das war jetzt schon, der so schön leuchtet. Und da ist die Lava. Haha, lassen wir Lava doch. So. Da ist nochmal Eisen. Geräusche. So. Geräusche. Was ist los? Da ist noch Eisen. Wollte ich hier eigentlich holen, ne? Wollte ich doch eigentlich holen. Das Eisen. Was? Doch, was war das, ne? Schon gehabt, ne? Uh, hier Lava. Hallo. Hä? Was haben wir da gemacht? Hey, muss ich mal Wasser wieder haben. Arschloch. Aber wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Wo kam ich her? Welcher der Wege ist jetzt der richtige? Hm. Hö, hö, hö. Erfst nicht. Die Fahrer sind rechts hier. Das heißt, die sind alle schon mal falsch. Das heißt, ich bin von da gekommen. Die sind ja auch da lang. Geht zurück. Hm. Aber ich schreckst du. Hm. Aha. Mein Name ist der Mist. Das hier dicht. Absperren. Was soll denn das? Geh weg. So, hopp. Haben wir. Das haben wir. Aber da sind wir nicht gekommen. Auf gar keinen Fall. Wo sind wir gekommen? Wo sind wir gekommen? Was ist der? Ich hoffe, es ist auch Schrott. hier verstellt nix, 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 gar nix da ich muss essen so ne, da war nix, war nix jetzt war kein Diamant, ne nix, Diamant gut, dann komme ich jetzt wieder zurück ich gehe wieder raus das Eisen so wie schaut man mir so, jetzt komme ich hier wieder raus und wo komme ich jetzt die Fackeln müssen längst vermiedet sein, so da sind Fackeln angebaut die eigentlich mir suggerieren sollen, dass es hier raus geht aber hier geht es nicht raus das ist die große Höhle hier geht es auf gar keine Fall raus ich komme nicht darauf, dass ich hier raus komme oder die Fackeln müssen links sein aber da sind es wieder rechts hier geht es hier hoch kann sein, dass es hier hoch geht da hoch, nein, da ist da Kessel dann kannst du hier hoch gehen die Fackeln sind links das ist ein gutes Zeichen ich muss sich da rüber oder da rüber da muss ich rüber da war doch schon Kriber auf mich so ein arschiger Kriber was macht der denn da eigentlich das ist sehr hässlich so Scheiß Kriber wird wahrscheinlich zu oh Gott keine Ahnung, wo hier Kriber spawnt so ok, haben wir es ja doch raus geschafft puh puh, ich war so anstrengend das war anstrengend das hat echt lange gedauert so so, die Taschen sind voll das kann aber noch weiter sonst noch dran bleiben hierfür die Kohle kein Problem helfen wir hier ist genug Kohle zack, Stein rein noch mal Eisen rein und hier können wir noch mal Stein rein schmeißen nicht 64 Stück Kohle Kohle ah ne, da braucht es so viel da braucht es ja so viel so aber Kohle hier auch noch mal genau 43 Kohle die kann man hier hinten mal rein schmeißen wo sind 43 Kohle da ist hier die machen ja nicht alle natürlich haben wir wenig gehabt da schmeißt wir auch noch mal das 11 ist okay hier so zack zack so ähm Baumaterial das Baumaterial Stein Stein, 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 Stein Diorit Stein, da Stein zack Stein hier zack jetzt haben wir zu viel Stein jetzt sollten wir ein bisschen hm ich glaube ein bisschen Stein in der Tasche halten so ein bisschen Stein bleibt in der Tasche brauchen wir für das nächste bauen und jetzt schmeißen wir hier rein so zack, zack, zack zack und zack also ein Stein äh Stein bleibt auch bei mir für kleine Reparaturarbeiten Fresskorb ein bisschen auffüllen mit Verdorbenen dann haben wir hier noch mal jede Menge Redstone dass wir irgendwie zu Blöcken verarbeiten müssen so also also und Diamanten so oh da haben wir auch zu viel von da haben wir auch zu Blöcken so 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 machen wir das und machen wir das und ich hoffe ich habe die Aufnahme-Knopf gedrückt das ich jetzt ja gespielt habe ohne aufzünden das will ich halt gleich sehen ja passt ja wie Faust aus dem Auge ich zeig rein damit Kohle auch auch zu Blöcken hier zack zack und zack so und bleibt ja noch also hier und rein rein dann das tun wir auch wieder zurück erstmal Eisen auch so haben wir schon 64 Jahre Eisen die machen wir mal zum Block vor allem haben wir da noch mal Stickies aber auch genug auch bei uns bleiben machen wir noch einen Eisenblock klar hier so und zack so so und restliche ist dann tatsächlich zum Stempelwerkzeug passt doch das war wie Faust auf Auge so die hier rein oh ach du Kacke da haben wir schon richtig viel so das das bleibt uns ist klar okay ich packe uns auch fast leer naja macht nichts alles klar an dieser Stelle euch alles Gute bis demnächst ciao und schönes Wochenende hey ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich bin weg